Exakt heute in einem Monat ist auch schon wieder Weihnachten, aber Geschenke gibt es jetzt schon die Tage von mir, und zwar wieder Handwerksprodukte zu gewinnen von PharmaRama bei meinem 69. Handwerksgewinnspiel. Begrüße euch recht herzlich dazu. Ja, diesmal wieder mit einer klassischen Schätzfrage, die ich für euch habe, und zwar lautet diese Wie viel vermutet ihr denn? Allraunen habe ich denn aktuell, also jetzt der aktuelle Zeitpunkt um, jetzt ist es genau in dem Moment am 24. November, um 16 Uhr 2, habe ich ja schon ein Bildchen gemacht eben hier, also alles was noch droppt und so, das war es halt nicht, also genau jetzt in diesem Moment, wie viel ich da denn habe, sind, ja das verrät auch nicht so viel, wenn ich als Tipp sage, mehr als 10.000 mittlerweile Allraunen, die sich angesammelt haben, ist ja die Handwerkszutat für den Beruf Alchemist, der eben aus den Feldern droppt, also wie vermutet ihr denn, habe ich denn da von euren Tipp, dazu in die Kommentare könnt ihr teilnehmen, entweder auf YouTube unter diesem Video in die Comments, plus natürlich auch immer ganz wichtig, euren Farmerama-Ingame-Nicknamen dort auch nochmal dazu zu schreiben, plus wird natürlich auch ein Tipp, ist ja klar, oder in einem Teil auf meiner Seite, makeagamphic.wordpress.com unter diesen passenden Artikel zum Handwerksgewinnspiel, Link dazu auch nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr das Video auf YouTube seht, eben hier in die Kommentare, für alle, also vielleicht eben keinen YouTube-Account haben, dann müsst ihr hier auf meiner Seite auch nirgendswo anmelden und so weiter, und zwar könnt ihr einfach hier einen Kommentar eben hier schreiben. Aber, und das sind wir bei den Regeln, ihr dürft euch natürlich nur einmal am Gewinnspiel beteiligen, eben hier, Gewinnspiel geht dann wie gewohnt bis zum kommenden Freitag, dann haben wir den 28.11. bis 20 Uhr habt ihr Zeit, euch am Gewinnspiel zu beteiligen, eben hier, hier könnt ihr auch nochmal alles nachlesen, wenn ihr den wollt. Und sonst jetzt natürlich noch zum Thema Preise, was gibt es sonst denn zu gewinnen, und zwar verlose ich unter denjenigen drei, die am nächsten ans richtige Ergebnis herantippen und kommen eben hier, dass da eine Punktlandung landet, das glaube ich nicht, weil das wäre schon wirklich Wahnsinn eben hier. Aber jedenfalls an diejenigen drei, die jetzt am nächsten, am richtigen Ergebnis herankommen, verlose ich jeweils einen Stollen. Wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. 10 Stunden später hieß er, der Stollen bringt dann auch rund 50.000 Moos Penny auf den Markt, oder wenn man ihn nutzt, bringt er immerhin auch mehr Effektivität für Superdünger, plus 5%, das für 24 Stunden hat den Steckplatz für Kategorie Gold. So sieht es also aus, euch viel Glück am Gewinnspiel, eine schöne Woche natürlich, und von daher bis die Tage bis denne.